Servus miteinander, willkommen heute zum Goat Simulator. Ich bin schon maximal gespannt. Ich habe gerade das Spiel zuerst einmal gestartet. Die Musik ist irgendwie geil. Okay, also so schaut es jetzt nicht mordsmäßig geil aus von der Grafik her. Ich habe einen Doppelsprung aktiviert und ich habe keine Ahnung was ich machen muss. Ich konnte irgendwas machen, irgendwas. Ah, okay. Was? Was? Was ist das? Oh. Oh. Der hat eskalatet quickly. Warte mal. Bleib mal stehen. Okay. Geil. Okay. Hey, Auto Truck Simulator. Okay, was muss ich sonst noch tun? Kopfstoß, Papierkorb. Das war ein Papierkorb. Kritischer Treffer. Okay. Wieso liegt der da? Jetzt kommt gar kein Auto mehr. Ich wollte halt das machen. Auto? Auto? Ach nö. Auto? Du kommst zu schnell. Jetzt kommt da hinten wieder ein LKW. Okay. Komm her, komm her, komm her. okay das muss gut sein was schlagen leicht gemacht ich kann auch wenn was macht der da okay geil hat einmal ich renne jetzt und dann mein kopfstoß okay es klappt nicht jetzt klappt es luftkopfstoß fass klappt alle blumen wir größte kombo leicht okay bestört mich irgendwie sehr wir schauen mal runter zu den kollegen hallo was macht ihr denn da jagd mach ihn todesangst ist das speck kopfstoß bieken kann ich auch essen lecken bieten hä hä ok was tust du da ich verstehe es teilweise überhaupt nicht aber okay ist witzig hallo meine freunde auto unfall werde von dem auto überfahren ich muss mich überfahren lassen oder was besitz vom hinterwälter ok ich glaube das scharf hätte dass ich das auto stoppt könnte das sei das ist gar nicht scharf ich glaube das war nicht vorgesehen das ist scharf es geht vom auto auf lecken ich lecke an der leiche okay höh ok kopfstoß k lufthöhe leicht drei wolken gereicht hahaha ok achso ich muss ja noch twitch aktualisieren sehe ich trotzdem kein subnautiker mehr und dann der gold simulator der gold simulator und dann die 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 So, jetzt er. Was kann man eigentlich hier machen? Springen. Ich habe an einer anderen Ziege geleckt. Und jetzt weggekickt. Okay. Lecken goat. Weiß irgendwas drin. Kopfstoß goat. Was ist da drin? Äh. Was? Verkünde, dass du die Königin aller Ziegen bist. Was zum? Was zum? Was? Warum nur? Dabei müssen wir ganz kurz meinen Stopwatch einblenden. Oh Gott. Die gehen. Was? Die gehen jetzt auf die Knie. What the fuck? Ich muss mal kurz noch Fleisch lecken. Lecken Fleisch. Geil. Geil. What the fuck? Okay. Wie kann ich das... Wie kann ich das sagen, dass ich die Königin aller Ziegen bin? Hm. Einfach draufgehe, oder? Einfach draufgehe, oder? Siegen für den Ziegenthron. Ich bin die Ziegenkönigin. Hehehe. 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 Lecken goat. Hehehe. 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 Wie schön. Wo du anderes Zeug genommen hast. Hehehe. 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 Gehen wir weiter No penis shaped food Kommt nicht rein ins haus oder? Das schaut so geil aus Oh man Hallo Hoppala Der hat eskalated quickly Oh der brennt Er brennt Der hat den Grill gefallen oder? Der Grill hat ihn getroffen Oder sie Sie ist er sie Oh Jetzt liegt sie im Blumenbeet und brennt Und wird zu Asche Oder auch nicht Hm Warte mal Oh Warte Ha! Jetzt brennt er Ist das fies Ist das fies oder scheiß Oh warte mal Geil Hooray Airtime Airtime Oh man Toaster Toaster Lecken Lecken Toaster Lecken Stuhl Das ist einfach nur riesige Sandbox oder? Das ist sowas ähnliches wie dieser Garris Mod Du kannst Du kannst ja alles mögliche machen Machst du da? Feierst einfach im Wald oder spannst Du spannst Auf zu spannen Oh Föckel Was ist denn jetzt? Skyrim oder was? Und Unschärfe Skyrim Oh was ist denn das? Die Opfer sammeln Hä? Soll ich jetzt da die Leute drauflegen oder was? Nee oder? Aschmann Na Also Komm mal mit meinem Freund Brauch dich mal Komm mal mit Ich kann echt jemand anlecken und der kommt damit Hey du bist vorbei geflogen Komm mit Komm mit Oh man Komm mit Komm in die Mitte Jetzt auch Gibt ja gar keine Errungenschaft dafür Und was tut er jetzt? Ach der bleibt jetzt liegen oder? Der bleibt liegen so bis es ausschaut Weil normalerweise war der längst wieder aufgestanden Das ist ja witzig Komm mal mit Komm mal mit Komm mal mit Komm mal mit Oh man Oh man Warte da geht's noch Oh hängt fest Jetzt auch Ist das schlecht? Ist das schlecht? Ist das einfach nur so schlecht? Wie viele Opfer brauche ich noch? Fünf oder zehn oder fuchzig? Komm mit Es tut 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 Statue Oh was er jetzt macht Geil Ok Jetzt Kopfstoß Bilder des Todes Todesblocken Hahahaha Ups Ups Die gehen voll ab Kopfstoß Fahrrad Was kann man auch so machen? Wo ist das? Zeitversuch starten Möchtest du einen Zeitversuch durchführen? Hol so viele Punkte wie möglich in 60 Sekunden Ja klar Rotate in the air Geht doch gar nicht Kann ich irgendwas machen? Und verwenden? Ja verwenden geht nicht Hallo meine Freunde Hallo Oh der hier? Der weint Oh der hier? Was war das? Oh is er? Is er? Dings? Schwimmbad Nice Zack Oh Baustelle Geil da sind meine Twitch-Freunde Äh meine Twitch-Freunde Meine Steam-Freunde Sonax du hast 8000 geschafft Hahaha So geil Ich hab kurz noch was lernen von dir Oh Hey über Beil Lecken Axt Jetzt kommt Johnny Berührungsschaft freigeschaltet Jetzt kommt Johnny Haha Bäm Schlage ein Objekt sehr weit weg Wurde es echt gemacht? Das war wahrscheinlich ein Zufall Oh ist er Oh ist er Oh Tankstelle Tankstelle Ich schlage ein Objekt wahnsinnig weit weg Schlage ein Objekt wahnsinnig weit weg Komm hier noch so? Boah schauts aus Dammts mir auf Mensch Kopfstoßchips Kopfstoßchips Leckenchips Hahaha Nice Kann man ewig langsam machen, oder? Hahaha Boah jetzt gehts immer raus Doch jetzt gehts Hahaha Das ist ja witzig Dieser Tunnel Ich geh nicht ans Ende des Tunnels Möchtest du zum nächsten Bereich weiterfahren? Ja Ich will Das ist ja so witzig Hahaha Ok wir sind jetzt So wirds gesehen Oh das wollte ich nie sehen Das wollte ich nie sehen Jaaaa Oh Wasser Oh Wasser Wow 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 Höh? Äh Äh Es ist gegen jegliche fekalische Äh Hä? Aber jetzt gehts zumindest unter Wenigstens das Das ist irgendwie Jetzt müssten wir Ghostbusters spielen Das stimmt irgendwas nicht Das bleibt ne Geisterunwesen Blup Es Die Ziege schwimmt auch sehr komisch Ok es gab da wohl keine Version für die Ziege wenn sie schwimmt Hahaha Oh Mann Oh Kopfstoß Fass Hallo Aaaaaaah Oh Oh Höh? Was war das? Hm Leite Glas Ich kann man am Dings lecken Am Eiffelturm lecken oder? Lecken Wandererdenkmal Das ist ein Wandererdenkmal Das wäre ein sehr komisches Wandererdenkmal Das wäre ein sehr komisches Wandererdenkmal Pfff Ok Und jetzt auf dem Rad weiten oder nicht? Äh auf dem Rad weiten, auf dem Rad fahren Oh Oh Ey das wird der verwenden Das geht echt? Äh oder auch nicht? Äh What? Hä? Pfff Pfff Du steuerst eine Ziege auf eine Rampage Tour Genau Da ist jemand jetzt eine Ziege Ich, ich wollte unbedingt Ich wollte unbedingt eine Ziege sein Hahaha Ciao Tschüss Plutsch Platsch Geil Hallo I think I broke something I think I broke something Wenn du das meinst, dass du das gemacht hast Was hat er gesagt? Oh Was guckst du so? Was guckst du so? Oh 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 Hallo Oh Ich hab auch nichts gemacht Geil Hahaha Gibt es echt viele Möbel Ich wollte euch Nauffahren mit dem Aufzug Oh cooles geht echt Äh Und jetzt Hallo Wieder raus Ich denke ich habe etwas Gibt es mal raus Kopfstoß Missing Name Oh Hä Okay Das war komisch Kaputt Witzig Echt Was gibt es da hinten noch so cool Das ist eine Achterbahn Wait 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 What Eine Achterbahn Geil Warte mal Na das geht nicht Warum weinst du? Oh Oh Hahaha Da muss man echt bekifft sein, dass man sowas mag Aber irgendwie bin ich noch gar nicht bekifft und trotzdem finde ich es geil Hehehe Oh man ist das schlecht Hehehe 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 Geil Hehehe Geil Wow jetzt geht es aber echt ganz schön weit Geht es auch unendlich Oh Oh Hm Die springt immer weiter, das ist echt krass Hehehe 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 Oh Was ist denn da? Eine Rutsche? Gucken wir mal was machen Äh Das war echt schlecht Hehehe Das war echt schlecht Hehehe Hey wer bist denn du? Hehehe Achso das ist der Beach The Public Beach The Public Beach Okay Ich dachte eigentlich ich komme ein bisschen weiter, was ist das? Hallo ich bin die Ziege Tschüss Tschüss Hehehe Hehehe Du 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 Ist das witzig Ist das witzig Oh Am Bullenreiten Oh das wäre auch schon geil Hä? Ziegenreiter Ich leite auf den Bullen und ihr leitet auf mir oder was? Hehehe 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 Er ist immer nur auf mir Hallo Der gehört zu mir Hallo Hehehe Hehehe Ist das witzig Oh Explosion Hehehe Oh Hä? Hä? Was? Hehehe Ist jetzt net wahr oder? Was hast du hier? Was hast du hier? Hallo Hehehe Wieso sind die auf dem Baum? Wieso? Wieso? Hehehe 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 Ist das übel? Hehehe Hehehe Und mit diesem verstörenden Bild Beenden wir den, äh Das Let's Play Hehehe Hehehe Ist das Hammer Wird Spaß gemacht Mehr Spaß als ich vielleicht sollte Hehehe Ciao Hehehe Hehehe Hehehe